Darf ich vorstellen? Mein liebster Arbeitsplatz, meine Couch. Hier erledige ich mein Papierkram, arbeite hochkonzentriert an wichtigen Projekten, arrangiere meine Geschäftsessen und informiere mich über die aktuellen Ereignisse des Tages. Colins Büro hier erspricht, das bin ich und das ist mein Windows Phone. Das neue Windows Phone erfindet eins. Das neue Windows Phone erfindet eins.